Ja, krass. So, aus, aus. 50 davon hätte ich gerne. 50 davon hätte ich gerne. Hammer. Okay, die arbeiten schon mal nicht mehr, das ist gut. Sandmauern haben wir ein paar, aber noch nicht wirklich viele. Wir brauchen noch Poles für die Basis. Wo versteckt ihr euch da? Die brauchen wir noch. Wir brauchen noch eine ordentliche Pumpe, die haben wir. Wir brauchen Boiler, eigentlich bessere als MK2. Und wir brauchen auch bessere Engines. Wobei, das ist recht nah, ne? Wir könnten eigentlich die Stromversorgung wirklich hier lang machen. Haben wir zufällig große... Ja, natürlich. Wir haben zufällig Big Electric Poles bei uns im Inventar. Ich würde gerne mal gucken, wie die Reichweite von denen ist, weil vielleicht könnten wir von hier aus, von da aus auf diese kleine Inselchen da, von dem kleinen Inselchen zu dem da und dann so bis dahinten zur Kohle rüberkommen. Also sagen wir mal... Da... Jetzt muss ich nur irgendwie hier durchkommen. Und hoffen, dass jetzt nicht gerade ein Angriff kommt. Da sich rote Punkte laufen. Ah, du läufst runter. Nur Haus gegen, Haus gegen, Haus gegen. Hast die fast zerstört. Da müssen auch mehr Lasertümmel hin. Rumsch, rumsch. So, wo ist der zweite? Da. Oh, was sind nur Hunde? Gut. Da kommt hier der zweite hin. Hier müssen wir einfach nur wegmauern, theoretisch. Mau, ma, ma, hallo. So. Gut. Mau, ma, ma, ma. Mau, ma, ma, ma. So, das... Ja, es ist sinnlos. Aber das verzögert eigentlich nur, was passieren könnte. Weil ich hoffe mal, dass die weiterlaufen und dann zu den Türmen gehen. So, und dann kommt jetzt der nächste Big Pole da hinten hin. Und dann haben wir hier die Stromverbindung dahin. Es kann sein, dass das da gekappt wird. Jetzt hätte die ganze Basis keinen Strom und die ganze Basis könnte zerstört werden. Und das wird tierisch teuer. Also ist das mit der Stromversorgung von der Hauptbasis nur für den Anfang. Das heißt, ich setze den Big Pole jetzt hier hin, damit wir die Lasertürme aufbauen können. Ich werde dann aber trotzdem hier drin auch Steam-Engines aufbauen und eine eigene Stromversorgung machen. Trotzdem ist das eine gute Sicherheit mit der Leine hier quasi. Das Kupferfeld werde ich auch bald sichern müssen. Also unsere Basis wird immer weiter wachsen. Alles weiter mit Smog belästigen und den ganzen Planeten zerstören. So. Ich sollte wieder reingehen. Oder soll ich jetzt schon versuchen, die Basis aufzubauen? Ja komm, wir haben 35 Lasertürme. Das sollte reichen. Brich mal die ganzen Mauern ab. Damit wir die Stromversorgung zuerst machen können. Und baue bitte den einen großen. Oder zwei. So. So. Gut. Das heißt, hier wäre jetzt die unterste Reihe unserer Basis. Das heißt, wir setzen dich mal da hin. Hier kommt hier unser Muster hin. Das wäre jetzt die unterste Reihe, die wir auch beschützen müssten. Ja, wir brauchen den Zugang. Okay. Ah, das ist eine ganz schön lange Ecke, die wir dann sichern müssen. Achso, das müssen wir anders machen. Warte. Da. Da. So. Eigentlich. Glaubt sich das eklig aus. Okay. Du. Du. So. Eins. Zwei. Und hier sollten wir ja eigentlich schon. Können wir die guten Mauern über die alten Mauern rüberpappen? Einfach so? Nee. Das ist schade. Sandmauer. Düm, düm. Eins, zwei. Gut. Wobei die Lasertürme primär oben und links hin müssen, ne? Ja. Okay. Also wenn jetzt ein Angriff kommt, lock ich sie einfach zu den bestehenden Lasertürmen hin. Und hoffe das Beste. Das ist jetzt mit die kritische Phase. Wie hoch müssen wir? Noch mehr. Da. Da. Ist das okay? Die Höhe? Ja. Die Höhe ist okay. Okay. Da. Da. Nein. Da. So. Gib mir schnell die Lasertürme. Da. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Warum hast du keinen Strom, weil du verpackt bist? Okay. Einmal abreißen. Neubauen. So. Mauern. Das wird unser Hinlockpunkt. Also wenn wir jetzt angegriffen werden, locken wir sich hier hin. Und am besten von oben. Und seit wann ist da eine Basis? Die ist neu, oder? Muss ich jetzt den Wagen holen? Hallo. Ähm. Nicht gut. Das war der erste Laserturm. Da ist auch ein Eldarbeiter. Was ist da gerade passiert? Das war eine stinknormale kleine Basis mit einem Hundespawner. Dann hat es Plopp gemacht und wir haben jetzt eine riesen Basis. Direkt vor der Kohlebasis. Das geht ja mal gar nicht. Okay. Ähm. Mauern. Durchziehe das durch. Und wenn ich durchgehend schießen muss mit meinen Lasertürmen, ist es mir so egal. Es wird ein Leichen produziert und wir können aus den Leichen irgendwas herstellen. So. Oh. Tungsten. Auch wenn es ganz wenig ist. Aber schick. Ähm. Wart mal. Lasertürme. Wow. Keine Lasertürme ist kaputt gegangen. Okay. Im Durchgehen angreifen werden wir echt haben. Okay. Wir machen das anders. Ich setze jetzt die Mauer einmal hier ums Eck. Damit die Türme selber auch sicher sind. Jetzt während ich mich schon hier rumtürne. So. Dann kommen alle restlichen Türme hier an die Ecke. So. Und ich hole jetzt den Wagen. Und dann muss die Basis da oben leiden. Die muss weg. Oder haben wir den Wagen sogar dabei? Nein haben wir nicht. Ja. Also die Basis muss weg. Auch wenn sie riesig ist. Das. Also habe ich mich da verguckt? Könnt ihr bitte in den Kommentaren da schreiben was da passiert ist. Also ich habe nur gesehen. Da war ein kleiner Spawner. Ich bin mir ziemlich sicher dass es ein Hundespawner war. Da ist mein Wagen. Da ist mein Wagen. Also ein kleiner Hundespawner. Dann kamen da ein paar Viecher angelaufen. Dann haben die Lasertürme das. Ach Hund. Dann haben die Lasertürme das vernichtet. Und dann hat es plötzlich Plopp gemacht. Und da war eine riesen Basis. Mit zig Spawnern und allem. Das war sehr sehr irriterend. Wagen. Ne, nicht so nah an ihm auch. Und ja ich werde jetzt nachts rumfahren. Ich will das Ding nicht möglichst schnell kaputt machen. Bevor da noch mehr rauswächst. So du rein da. So wie mache ich das jetzt am besten? Also erstens sollte ich Licht hier aufbauen. Fällt mir gerade auf. Damit ich nicht meine eigenen Sachen umholze. So. Da irgendwo ist die Basis. Ich soll es vielleicht doch nicht im Dunkeln machen. Oh ja. Da irgendwo ist die Basis. Und wenn ich da jetzt einfach reinfahre, bin ich tot. Ich kann ja mal ein paar rauslocken. Da kommt was angelaufen. Die Schatten bewegen sich. Gut, das hat mir jetzt aber gar nichts gebracht, weil die spawnen ja instant neu. Ich bin nirgendwo gegen gefahren. Hey, 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 hey. Da muss ich über die kleinen Dinge freuen. Also wir könnten jetzt näher ran crawlen mit den Türmen, aber das mag ich nicht so. Das heißt, ich glaube ich fahre jetzt da einmal durch. Versuche einen von den Hunden des Borners zumindest zu töten. Oder zwei. Ha, sehr gut. Auch wenn die Hunde das Unwichtigste sind. Und es lenkt die Lasertürme ab. Weil die Lasertürme zuerst auf die ganzen Hunde schießen. Oh. Oh, das war mein Strommast. Könnte jemand den Grand Parlor töten? Gut. Okay, parken. Zwischen den ganzen Leichen. Und das da bitte. Und wir haben es gleich Mitternacht. Okay, also ein paar Stunden geht die Sonne auch auf. Aber ich denke, ich kriege das Ding vorher kaputt. Würmer sollten da keine gewesen sein. Ich habe keinerlei optische Referenz gehabt, was da ist und was nicht. Aber ich habe es überlebt. Also gehe ich davon aus, dass keine Würmer da waren. Das heißt, ich holze jetzt einfach nochmal blind da durch. Halb blind zu nennen ist. Versuche einen von den richtigen Spawnern zu erwischen. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und das alles für einen Haufen Kohle. So, warte. Mach mal hier. Bau bitte noch ein wenig mehr Licht. Da. So. Mach mal hier das Muster weiter. Dann können wir hier auch Licht hinsetzen, damit wir hier auch was sehen. Richtung Kohlefeld. Bisschen näher ran. Bisschen näher ran. So, Licht. Gut. Also, dass wenn ich hier panisch im Kreis war, ich will nicht sehen, wo ich gegendonner würde. Da müsste das sein, ne? Da. Rückwärtsgang. Und Licht. Okay. Also, da durch. Oh. Das war ein Spawner. Das war der Plan. Oh, nicht auf die Wälder. Nicht auf die Wälder. Die da unten können auch ruhig mitschießen. Sie haben wesentlich mehr Interesse an mir als an den Strommasten. Das ist gut. So, parken. Zwei Uhr. Ich sehe es kommen. Ich werde es jetzt schaffen. Pünktlich vor dem Sonnenaufgang. Also vor dem Zeitpunkt, wo es Sinn machen würde, eine Basis anzugreifen. Genau vorher schaffe ich es, die Basis zu zerstören. So, und da wurde gerade eine Mauer vernichtet. Wie kann das sein? Ne, schon wieder ein Hund. Das ist noch so eine Sache, die ihr mir bitte in den Kommentaren erklären könntet, falls einer von euch das weiß. Warum sind da immer mehr Hunde, obwohl wir keinen Hundespawner mehr haben? Also vermehren die sich auch so ohne Spawner? Weil einmal Hunde da waren und dann finden sich zwei und dann geht es ab? Oder das ist halt komisch? Weil unser Vorrat an Hunden sollte eigentlich längst aufgebraucht sein. So, Kuh. Rein da. So. Ah, es wird heller. Und da ist doch ein Wurm. Den töte ich jetzt. Oh, es sind ein paar mehr. Ich habe echt das Gefühl, dass da alles mögliche ist, denn einfach so zwischendurch mal spawnt. Nope. Ich bin echt voll stolz auf mich, dass ich hier nirgendwo gegenfahre. Das ist super. Gepusch. Okay. Also, ja, das bin im Instant Spawn. Ich könnte schwören, die Würmer wären vorher nicht da gewesen. Und jetzt waren das plötzlich fünf. Zuerst habe ich einen gesehen. Denn waren es fünf. Also es kann sein, weil es so dunkel war, dass ich es nicht gesehen habe. Aber dann hätte ich doch viel mehr Schaden genommen, oder? Bei den letzten Runs. Sehr komisch, das Ganze. Aber Hauptsache, die Basis stirbt. Das ist völlig okay. Dann haben wir zwar noch einmal die Basis da und einmal die Basis da, die relativ nah dran sind. Die auch durchgehend schnüffeln werden. Aber die schnüffeln jetzt schon. Also ist egal. Ich will nur nicht durchgehend schießen müssen. Ich habe zwar groß rumgeplärrt vorhin, dass ich im Notfall auch durchgehend schieße und bla 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 bla. Aber das geht halt ganz schön auf die Stromrechnung. So, erstmal Würmer. Würmer, Würmer, Würmer. Hundespawn, okay. So, die großen könnt ihr knacken. Gut. Und das könnte jetzt schon fast das letzte Mal aussteigen sein.